Das ist, äh, ich stand noch bei mir vor, da ist es ein Zeichen-Workshop. So was machen? Ich finde es doch. Dann haben wir einen Zeichen-Workshop zum Thema Perspektive von Motti. Dann haben wir einen Cosplay-Workshop von New Water. Ein Origami-Workshop. Ach, auf einmal kann das. Kann lesen. Ich kann noch nicht lesen. Das letzte kann ich noch nicht lesen. Irgendwas von Ihnen ist so gut, aber mehr kann ich nicht lesen. Koloration Aquarell. Scheiß Alphabet, ne? Ja. Ich kenne nur das Familienmensch. Können wir dann jetzt mit dem Opening-Raden anfangen? Ja, wir können mit dem Opening-Raden anfangen, wenn ich erklärt habe, warum ich meine Laterne habe. Was, äh, ich kann noch nicht sehen. Nein, garantiert nicht. Ah, ist das eine Art Zeit-Katze? Wir möchten euch dieses Jahr die Möglichkeit geben, euch eine Rat nicht für nächstes Jahr zu schreiben. Wir heben die für euch auf und verteilen die nächstes Jahr wieder. Und, ja, eine einzige Bitte haben wir. Bitte schreibt eure echten Namen drauf, damit ihr euch dieses Jahr auch wiederfinden, weil es euer Nick ändert. Ihr werdet übrigens sehr über die Information begeistert sein, dass ich einen Pappzettel habe. Das sehen wir gerade gereicht worden ist. Das sieht wie ein Auto zum Sechen aus.